Anließe Was geht ab, meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu... ...Belphilter 1 Ja, wir wollen jetzt mal überlegen, äh... Puck? Ne, äh... äh... Richard 3? Nein. Horizon? Nein. Ja, ihr wisst bescheid. Steht im Titel, Leute. Nein, wir zocken mal wieder Battlefield 1. Und wir haben den Simi mit am Start. Denn der Simi, der zockt immer noch. So, wir haben A geholt. Wir spielen Erhobung. Wie ihr wahrscheinlich A gekriegt habt. Hä? Ich müsste jetzt... Ich müsste den Ton mal leiser machen. Ich glaube, und hört die überhaupt nicht. Ich weiß, mach mal eben hier... Direkt, mach mal den Ton bisschen leiser. Audio. Gesamtlautstärke... Geringer. So. Okay. Okay. Jetzt auch mal was. Nein. 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 Ich glaube, jemand noch nicht. Ich muss... Oh, doch. Hier, erste Hilfe. Muss, glaube ich, noch gelinger stellen. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. So. Na ja. Besser. Leon B, ne? Was? Ey, wir verlieren B, Jungs. Oh, lol. What the... Ach, da oben wieder. Stimmt, da habe ich vorher vercheckt, dass die da oben sitzen können, die Fick-Arenos. Mal ziehen wir als Sniper in den Krieg. Wenn's vom Vicerabler Sniper. Okay. Aber... Ist gut. Und dann. Wir brauchen... ... die von... den Drn... ... den Drn... den Drn... ... den Drn... ... den Drn... wie kann ich den nicht treffen bitte wieso verlieren wir albert ist doch hinter mir irgendeiner hat sich hier schon wieder hin gesneakt jetzt haben wir einmal auf einmal wieder komplett bist du ok Ok Er schießt einfach irgendwo hin Ja nö, oft ein Sniper da oben So lange ich den Suppressor kann er nicht richtig aimen Jetzt hau' uns aber hier mit Fachwörtern wieder um die Ecke da Das Benefit Sandhoch kann Benefit So Ist richtiger Pro ne Helfi 4 Pro ja, Helfi 1 Pro nö Und ich geh schon wieder richtig deep mit dir Als Sniper alter was los Vor der Pulle reingehen was los Was geht los da rein? Arbeitslos Was ist los? Arbeitslos Handfeuer war für OP Ach du dummes Stück scheiß Meid, Alda Ich bleib der Metten im Gang stehen Und ich lockier mich mit einer Granate auf ihn Da kapiert sich aber aber wie ihr den so fanden sollt Warum nicht mehr zu sagen? H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h Wollt ihr mit der Pistole, sag ich doch, hey die, Handfeuer war für OP. Warum hat mein Mate denn jetzt auf mich geschossen, Alter? Oh lol, wo war er denn, Alter? Steht doch einer mit dem Schrotz, Alter. Woher? Zwischen C und D. Wir verlieren B schon wieder. Noch mehr. Ja, aber ich geh da nicht hin. Das Rauch. Also das Nebel. Geht, Junge. Und das Tod. Panzer. Hot. Panzer gesehen. Panzer hat mich getätet. War klar. War klar. Oh wow, ich hab Reaktion von dem toten Tier. Wenn nicht noch schlimmer. Panzer. Ja. Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Alter, aber geht hier ab, Alter. Hier fliegen nur noch Sand in die Luft. Ja, Munition. Ich hab jetzt bestimmt fünf, sechs, sieben Leute angehittet, Alter. Einmal so richtig schön da reingehalten. In, in, in C. Das war fett Gas in die Fresse. Hier, Munition für dich. Geh doch weg, du Stück Scheiße. Nächstes Mal tritt ich den heißlichen Neger in die Fresse, ey. Alter, mit der Sniper mitten im Ganschen. Von der Seite ein Heddy gekriegt. Oh, jetzt bin ich bei B, Alter. Jetzt hab ich gerade ne Waffe für C gepackt, Alter. Und jetzt bin ich wieder bei B drin. Bei B wieder eingenommen wird, ey. Aber egal, Kill gekriegt. Mit so vielen Leuten, wie wir bei B sind, ne? Warum dauert er zu lange den Punkt einzunehmen? Ja, aber die haben ja genau so viele. Wir sind. Hä? Ach, Flugzeug. Händ euch, händ euch. Ja, weißt du, Flugzeug, Alter. Ein Flugzeug. Oder ein Mann steht irgendwo mitten, irgendwo in einem freien Feld. Ein einziger. Da wirft der Flugzeug natürlich seine Bomben hin. Genau da. Nicht da, wo mehrere oder so sind. Äh, nein. Nur da, genau, wo ich stehe. Wo ein Einzelner alleine steht. Das ist so schlimm, ne? 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 Oh, 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 oh. Ah, und diese Ficker, die da oben immer stehen, ne? Ah, der Ziemi hat natürlich wieder ein Panzer. Ah, der Ziemi hat. Ah, der Ziemi hat. Ah, der Ziemi hat. Selbstlader-Wüchse Ach, B und A ist aber schon wieder lost Ja, mein Gott Man weiß jetzt gar nicht, wo du hingehen sollst, Alter Wir verlieren Einsatzziel Cäsar Cäsar wieder aufgelöst Erste Hilfe, wird schon Aber das Ding nicht dick genug Ohne nicht lang genug dick genug Ich nenne mal wieder die Bernadette, Alter Mit der war ich mal nicht letztes Mal Das war echt gut Halbzeit Ich bin hier 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 Wander weg sprengen, Alter Da muss mal einer in Punkt C In die Wand weg sprengen Ich tue es jetzt Für das Vaterland Zack Ich spreng das Tor weg So, jetzt Ein da Engage So, geht doch Jetzt haben wir doch mal Wesenlich einfacher Dann Ich bin hier Wesenlich einfacher, Alter Puff Sanitäter Die sind creepy Richtiger Dreck Willst du mich verarschen? Ich bin 20 Meter weggeflogen Ich bin 20 Meter weggeflogen Ich bin 20 Meter weggeflogen coke Ja aufpassen gerade Anfang Schlecht. Die Automatiko ist halt nix für die Range, ne? Dicker, was macht ihr denn bei C? Ihr macht wieder gar nichts. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Ich bin einfach bei denen draußen gespawnt. Was? Ich bin einfach draußen bei denen gespawnt. Da wo die die ganze Zeit reinballern. Mein Gott, hier steht ein Panzer. Der nix auf die Kette kriegt, alter. Ja Ihr Mann, erste Hilfe. Ja, ich kriege einen Ausrüstung, oder? Wir verlieren Einsatzziel. Er ist Hilfe! Greif zu, Mann! Durch! Hier, Erste Hilfe! Du bist verletzt, ich zieh mir das an! Ja! Wir müssen weg hier! Rabbel! Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeugnis! Ich zieh mir die Wunde an! Erste Hilfe! Greif zu! Die ist, glaube ich, nichts mehr. Sollen wir mal nach dir stürmen? Da ist noch genug. Ja, da ist noch verdammt viel. Ah, ich bin zurück. Wir haben es nebenan. Wir müssen weiterarbeiten. Das ist sicher, was wir. Hier! Ich bin weg! Ja! Okay, jetzt ist er What the fuck Aha, ich bin tot Einer kommt von hinten Obwohl, ne, der ist auch gestorben Ja, ja, Coco, Jumbo Ah, ja, ja, je 13,12 Zwei Schuss kann ich draufhauen auf den Pisser Komm, rein, komm Engage Von, die liegen über so Holzkisten, ne, ich will die die ganze Zeit looten, Alter Also geht's nicht noch mehr so Aber willst du das auch? Ja Das war schlimm, ne, wenn du die ganze Zeit immer so im Game gezockt hast, Alter Wo du deine Waffen noch looten musst, ey Und dann noch einmal spielst du Spiel, wo du automatisch die Waffen machst Von wo will der mich denn jetzt bitte abgeschossen? Guckt euch das an, Alter Will der durch die Säule geschossen haben, oder was? Mein Gott, ey Wenn du das manchmal siehst, ne, in welchen Winkeln die dich abgeknallt haben wollen, ne Da wird dir schlecht bei, Alter Erste Eltern, nenn schon Oh, Dynamit alle Dass einer da stehen kann und mit dem Dynamit alle wegficken kann, das verstehe ich nicht Ja Aber hier der Nebel ist genauso wie bei Pupp Ähm Genau Oh, wow Und mit einem Schuss In dem Bajonettlauf, ne Wenn du mit dem Bajonett rennst In diesem Lauf gibt dir mir aus 500 Metern Ein Handy, Alter Jetzt hier steht ja alles Ich dachte, da wären noch Leute von uns Ja Das ist einfach gar nichts Er kriegt mich schneller mit dem Revolver kaputt, kaum wie ich mit der Dings, Alter Wie ich mit der Automatico Wie ist es, Alter Meine Fresse Ah, die Runde war nix Bomber, ich dachte, das wäre ein normaler Fuss Ha, einen mit dem Handy vom Panzer geholt, Alter Müsste man sich mal langsam irgendwie so ein Dings kriegen, Alter? Behemoth oder was? Ja, ist glaube ich zu spät Ja, aber, why? Ich hab mal so ein Ding schon lange haben müssen, oder nicht? Feierabend, Jungs Der Krieg ist over, lasst Arminess Arminess, auf jeden, Arminess So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein